Hallo, ich bin Timon, das ist Jamie. Wir machen die Lehre bei den Werke am Zürichsee als Netzelektriker und wir zeigen dir heute mal unseren Alltag. Kommt doch mit! Ich habe den Beruf Netzrechtler gewählt, weil es im Alltag sehr viel Abwechslung hat. Man ist draussen mal drin und es erwartet jeden Tag etwas Neues. Man sollte auf jeden Fall handwerklich begabt sein, gerne draussen an der Luft arbeiten, ein gutes Verständnis in Mathematik haben, Interesse an Strom zeigen und auch keine zwei linke Hände haben. Netzelektriker arbeiten auf vier Gebieten. In der öffentlichen Beleuchtung, im TS-Bau, auf dem Netzbau und im Unterhalt. Ich habe die Werke am Zürichsee gewählt, weil es ein sehr junges Team ist und weil es ein modernes EW ist. Ich fühle mich da sehr wohl, weil ich unterstützt werde bei allem und wenn ich ein Problem habe, kann ich mich immer an meine Vorgesetzten wenden. Als Netzelektriker bist du sehr wichtig für die Zukunft, weil es gibt immer mehr elektrische Energie, wie zum Beispiel bei Elektroautos. Dir hat es gefallen, was du siehst? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich! Als Netzelektriker bist du sehr wichtig für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020